In den Inventar reinschauen, also virtuell X-Semi Sekunde Und dann kannst du sagen, ob du davon irgendwas haben möchtest oder so, also das ist Zeitgefächert, der Ausfall So, ich hab eigentlich jetzt das Geld ausgegeben, was ich ausgeben wollte Ähm, Slash EC Ähm So Was willst du für die Barriere haben? Wie viele möchtest du haben? Ja, wie viele hast du? Ich nehme 38 38, wie viele willst du, was willst du für die 38? Äh, ich kenn mich mit den Preisen absolut gar nicht geradeaus Leute, Barrierepreise, was sagt ihr im Streamchat? Also früher waren die billig, aber die sind jetzt in letzter Zeit im Preis gestiegen Deswegen weiß ich nicht, ob ich da jetzt 1.500, 2.000, 3.000, keine Ahnung Ich hab auch keine Ahnung Aber wenn's dann mehr als 3.000 wird, glaub ich, ist mein Interesse dann ganz schnell weg 2 bis 3K schreibt 2 bis 3K bei einem So, das wären dann 38 Ja, machen wir 70K? Ich würd dir, ähm, also 18 Stück kann ich dir verkaufen 18 Stück, okay Ja, genau Für? Dann sagen wir mal 18 Stück Machen wir einfach mal die Mitte 2,5 sind 40 Und dann kriegst du noch 10%, die runden wir auf auf 5K und 40K Okay, das war mir jetzt zu schnell Also wir, wir machen die, äh, die, äh, also 2,5 18 Barrieren So, 18 Mal 2,5K Äh, sind 36 plus 8, äh, sind 42.000 14 mal 2,5 42 Im Moment, wie viel? 45.000 Nee, 18, 18 Barrieren, ja Ja, nicht Taschenreiche, ja Immer schön Kopf benutzen, auch wenn's spät ist So, 18 mal 2,5 Die Hälfte von 18 Achso, genau, ist 9 36 plus 9 sind 45 So, und dann 10% Rabatt, also 40.500 Ja, und weil du bist 40.000 Machen wir 40.000, okay Ich komm gleich, denke ich Slash, äh, Bank, abheben Äh, machen wir 100.000 So, dann hab ich wieder ein bisschen Spielgeld Slash, achso, Quatsch Wiesse P, äh, nicht, dass ich dir nicht trauen würde, aber das ist einfach im Grundprinzip Wenn wir müssen immer alle zuerst gehen Ja, ja, das ist Slash, P Wier So 40.000 Vielen Dank So Gut Ja, kräftig eingekauft Hast du schon wieder ein neues Einkaufsvideo Jaja, das sind zwei Videos Na gut Na, wüsste Wollen wir uns heute nicht öffnen Stürzen wir gerade ab Was stürzt du denn ab, weil was stürzt du? So, jetzt hab ich wieder fast einen Stack bei ihr an Ja, Mann So So Tast Okay Gut